Trainer Thomas Tuchel wird die Torhüter-Rotation beim französischen Serienmeister Paris Saint-Germain zur neuen Saison beenden, wir können so nicht weitermachen, sagte Tuchel am Freitag über das Wechselspiel zwischen Alfonso Areola und Gianluigi Buffo, wir sind der erste Klub in der Fußballgeschichte, der das so gehandhabt hat. Aber auf dieser besonderen Position brauchst du Vertrauen und Automatismen, Bildergalerie PSG, die Streichliste von Thomas Tuchel mit Buffo, Draxler und Schupo Mutting, 14 Bilder Areola kam in der laufenden Saison auf 30 Pflichtspiele, 20 Liga 1, 3 Champions Leagues, 5 Pokal, 2 Liga Pokal, Buffo auf 23, 15 Liga 1, 5 Champions League, je 1 in Pokal, Liga Pokal und Supercup. Das war nur möglich, weil Alfonso und Gigi außergewöhnliche Persönlichkeiten sind, sagte Tuchel über das Jobsharing, sie unterstützen sich gegenseitig der ZN Gratis testen und Sport Highlights live. Es gilt aber als wahrscheinlich, dass Buffo, 41, dessen Vertrag ausläuft, Paris nach nur einem Jahr verlassen wird. Areola, 26, ist bis 2023 an den Verein gebunden. Zudem ist offen, ob Tuchel den an Eintracht Frankfurt ausgeliehenen Nationaltorwart Kevin Trapp, 28, Vertrag bis 2020 zurück an die Seine holen wird. Let's block it's, why? Let's block it's, why?